herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier in thüringen wir werden jetzt auf feld nummer 10 die mission machen äh aussaat von gerste schauen wir jetzt ob klappt wollte gestern ist so wir werden jetzt hier mal diese mission gleich anfangen eckel hier und dann werden wir gleich brauchen wir nicht im teich fahren wollen, ne? aktuell nicht passend im teich fahren muss man eigentlich wissen dass man hier rechts fahren muss also irgendwie mögen die heute keine anderen fahrzeuge also irgendwo mittendrin und das soll ja so nicht sein dann sollen wir hier verband fahren und heißt hier hinterher mitten drinnen anfangen so, VW einsteigen, muss man schauen dann können wir hier mal selber fahren besser hier das Tier erkennt so du bist auf rechts, hat passt einstellen einstellen das geht heute beim düngen denke ich schon richtig und jetzt geht es hier auch nicht so, dann muss ich Auto, äh, Kursplay mal aktualisieren wo da hat der vorne auch nicht klappt mit düngen das ist doch hier perfekt wo der noch alles kurs hin ich fahre leider zu den linken Spuren im Rundrad, ne? ich fahre leider zu den linken Spuren im Rundrad, ne? so fette mittendrinne anzuarbeiten das ist ja hier plötzlich gefasste Ende das ist ja hier plötzlich gefasste Ende oh ne also er düngt auch nebenbei aus, verhältnismere hoch äh öh 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 Das ist gleich in grün. Dann probieren wir nochmal vorne, den ersten Wegpunkt, da kann er sich nicht mehr aus. Denn der erste Wegpunkt ist da vorne. Ja, das scheint zu klappen. Aber links. Mal überlegen lassen, ganz kurz. Mit links klappt das, also rechts mit auch klappen. Ja. Ja. Ich werde gar nicht... Oh. Die probieren wir von vorne. Das ist von vorne den ersten Wegpunkt der rechten Belemmung. Dann fangen wir hier rechts rüber, sodass ich Punkt auch finden kann, ohne groß wenden zu müssen. So. Jetzt kommt die Kontrolle, rechts ist, rechts passt. Also ist eingestellt. Einstellen. Wer ist auf dem Feld, muss ich normalerweise finden. Direkt nach links. Das tut nichts. Also muss ich auf dem Prinzip. Jetzt wird er zwei Minuten. Ich werde nur einen Teich fahren. Ich werde nur einen Teich fahren. Ja. Ja. Ne, dazu bin ich jetzt so müde. Das ist mir jetzt zu hoch. Kann man wo man hin will. Ja. Ja. Gewichtsverlager nach vorne, ob es bringt. Gut, das andere ist fertig. Das ist super. Entlassen. Und auf 3 fahren. Und das andere probieren wir noch aus. Für die erste wird er in der Runde einmal frei und der andere nicht. Das muss ich nicht verstehen. Okay, kann man abschließen mit der Emission. So, Million verdient. Aber auch im Prinzip vorher schön um. 3.00 Uhr. 3.00 Uhr. 3.00 Uhr. Na super. Das auch noch. He he. 3.00 Uhr. 3.00 Uhr. Er kam ja auf Kuh. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. 4.00 Uhr. 6.00 Uhr. 7.00 Uhr. 7.00 Uhr. 7.00 Uhr. 7.00 Uhr. Das ist ein bisschen zu schwer. Und da zu starten. So. Rechts. Und. Also hier gibt nichts was man sagen könnte, das ist verkehrt. Also. Und dann wieder über den Teich fahren wir mal da raus. Ja. Mal aus. dann werde ich den Kurs berechnen lassen ich weiß nicht, normalerweise macht's ja keinen Sinn, ne? noch mal heute zum morgen Update holen von Kursblick weil am anderen 14 klappt, am 28, am 19, am 19 klappt und hier dann nicht, ne? und jetzt machen wir den Kurs generieren und zwar 10, 2 Fahrzeuge Vorgewende 2, generieren Feldkurs Vorgewende fahren anders, er fällt rein zurück das ist im Grunde so ähnlich wie vor Arne, wir wurden früher angefangen rechts einstellen dann müsst ihr auf der rechten Seite fahren also klappt kopieren nicht gut, oder auch nicht gut ich meine, das ist nicht zu tragisch bei bei Missionsfeldern muss er nicht 100% verarbeiten richtig, wenn wir aufzufahren ne? neu generieren im zweiten Kurs kopieren aber geht nicht gut oder ich muss am nächsten Mal speichern ich habe ja geträgt ich habe ja geträgt so liebte, das soll's auf Freude gewesen gut schon allen schönen Restsonntag ich habe noch tschüss so tschau bis morgen in zweie Woche tschüss und schönen Dank fürs Rennen bis morgen